Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum mit dem Angriff auf Eferias. So, kurz richtig hinsetzen. Ich habe noch das Fenster dazu gemacht. Und jetzt machen wir die Festung auf. So, vorher hatten wir Herb, da habe ich noch 200 Punkte überbekommen. Aber es war so überlegen, wir waren ungefähr 30 und die anderen waren ungefähr 5, die Sürden. Und dadurch war es ein bisschen zu langweilig zum Aufnehmen. Aber jetzt, hier ist es noch langweiliger, wenn niemand kommt von den Sürden. Auch gut. Aber immerhin ein paar Forts zum Einnehmen und Schlösser. Das ist doch gut. So, tank. Tank mal für uns. So, wir rennen durch. Damit wir nicht angegriffen werden. Gut, ähm... Ja, hier ist niemand. Sicher ein Schütze irgendwo. Das bin ich langsam gewohnt. Da sind die anderen. Ja, die reiten hoch. Oder runter eher. Dann gehe ich hoch. Bin wahrscheinlich dann das Opfer. Draussen Beshi tot. Von uns. Was macht denn der Tod? Gut. So. Wir schauen mal kurz raus. Weil alleine kann ich die Gegner wahrscheinlich nicht dort töten. Und eine im Zoo ist sie nicht alleine. Hm. Ja. Aber... Die sind schon am angreifen. Das ist gut. Die haben ein bisschen den schnelleren Weg. Ähm... Oh, Algoros haben wir auch eingenommen. Oh, Schattenkloppen. Sehr schön. Sehr schön. Einfach Schattenbuffs anmachen. Hahaha. Er kann nicht angreifen, der Krieger hier. Da-ba-baa. So. Wir sind aber zu wenig. Und ich bin noch nicht Level 55. Sonst wären wir drei. Aber der ist auch anspruchsvoll und sagt, geht es wahrscheinlich bei ihm auch noch nicht. Oder es geht jetzt schon, aber irgendwie ist jemand auch drin. Kann auch sein. Ich kenne mich ja noch nicht so gut aus. Ja, jetzt. So. Okay. Ähm... 1200 Session. So. Ähm... 1200 Session. Das ist dann gut. Dann gehen wir wieder ans Tor. Ach, blöde Treppe. Die Kamera spackt ein bisschen herum. Ja. Schön, jetzt haben wir 5 Worts. Nein, 6 sogar. Wenn das Ding noch ist. Ja. 6 Worts. So gut. Ja, nun gut. Ähm... Diese 13 Minuten könnten wir noch warten hier. Es gibt eben viele War Points. Oh, das war ein kurzer Leck. Da ist Agathe. Schön, schön. Okay, ähm... Ich hoffe es greift nicht viel an. Aber wir sind ja recht weit. Und... Ja, bin mal gespannt. Vorher haben mich zwei noch angeschrieben. Weil sie mich erkannten. Von den Videos. Und... Finde ich richtig toll. Also ihr dürft mir immer wieder etwas schreiben. Ähm... Wenn ihr Bock habt. Mich auch fragen. Oder einfach, ähm... Dankeschön sagen und so. Und ähm... Könnt auch fragen, wenn ich mal zusammen... Also wenn wir mal zusammen aufnehmen sollen. Oder einfach nicht während den Aufnahmen. Ja, toll. Ist natürlich toll. Ja, ich hau ein bisschen ab. Weil ich hab wenig Leben. So. Na toll. Wirklich toll. Wirklich toll. Ach Leute. Immer mit den Jägern. Regt auf. So. Bisschen taktisch. Kämpfen. Ja. Schön heil die. Die braucht's dringende. So. Ja, das ist nicht so gut. Du bist Ritter. Du kannst was aushalten. Kioski. So. Und Holy Charchar. Holy Charchar. Holy Charchar. Mal den Ding drauf tun. Wenn es gehen würde. Jetzt. An das Bluten. An das Bluten. Das können wir auch mal drauf tun. Aber ja, geblockt. Schade. So. Jetzt müssen wir den Jäger finden. Das sind natürlich diese. Ja. Ich finde. Jäger sollten überarbeitet werden. Weil. Es ist schon toll. Wenn man sich verstecken kann und so. Aber. Wenn man dann den ganzen. Forteinnimmstörn. Kann. Mit einem Charakter. Dann ist es schon frech. Nichts gegen Jäger. Sondern nichts gegen die Entwickler. Aber. Ähm. Ja. Wenn man halt nur auf. Im Büro hockt. Und nichts macht. Nichts entwickelt. So. Ähm. War noch einer drin scheinbar. Ja. Zwei haben. Zwei waren ja noch drin. Und haben eine aufge. Ähm. Ja. Hochgestuft. Die. Ähm. Diese Festung. Das Schloss. Und haben den Jäger gefunden. Deshalb konnten wir wieder. Jetzt. Wurde es natürlich wieder eingenommen. So. Wir schauen kurz mal hier am Brett. Ab jetzt läuft gerade keine Zeit. Das ist schlecht. Toll. Ah. Leck. Okay. Leck. Hallo. Ich möchte gerne lesen. Ich kann nicht lesen. Ich kann nicht lesen. Na gut. Von mir aus. Ja. Jetzt gibt es hier nichts zu holen. Das ist eine Frechheit. Eine absolute Frechheit. Echt. Oder wahrscheinlich ist es wieder diese Anzeigebock. 100.000 könnten wir. Echt. Der Eisentor Haupt wache. Naja. Naja. Ich. Weiss mir halt nicht so gut. Also. Ja. Weil ich eben nicht vorwärts komme. Mit dem Level. Und. Weil ich momentan keine Scrolls kaufen kann. die Mutti sagt eh nicht. Bist du kaputt. Bist du kaputt. Hahaha. Bist du auch kaputt? Was ist mit dem Paladin los hier? Den Wächter. Sei ruhig, bin Astronaut. What? Ja, toll. Weil es hier keine Gegner in der Nähe gibt, können wir nicht kämpfen. Kommen wir ein bisschen nach vorne und dann wieder zurück und dann wird es angezeigt oder was? Ja, hier sind keine Gegner zum wieder kämpfen, wenn man unbedingt kämpfen muss, wenn man dem Wagen. Naja. Hier kann man wieder runterfallen. Hier gibt es noch einen zweiten Weg. Ob der führt nicht? Nein, der führt nur hier rüber. Da unten ist was Schwarzes. Ein Grab oder so. Oh, die armen Zürden haben sich vergraben. Jo, dann mache ich kurz eine Pause. Wir sehen uns später wieder, wenn wieder was los ist. Bis gleich. So, ähm, der Drache ist am Angreifen vom Tor und wir gehen jetzt dorthin. Ähm, wie heisst der? Tenax? Stimmt das? Irgendwas so etwas hieß es? Ja, da ist er. Ich dachte, ich dachte, Tenax muss man besiegen, aber wahrscheinlich ist das, ähm, ja, einfach so ein Dungeon. Jo. Oh, hab ich sonst noch nie gehört. Ah, es gibt Amulette und so, genau, von dem. Okay, ähm, ja, begonnen. Gut, dann gehen wir mal. Komm, komm. Immer diese Haters. So, ähm, ich hoffe, wir sind jetzt mal ein bisschen überlegen. Weil die letzten drei Angriffe waren nicht so gut. Waren wir immer unterlegen. Auch weil die Eisen mitgemischt haben. Und uns natürlich, ähm, getötet haben von Hendrix. Aber, ähm, ich glaube, zweimal waren wir, oder dreimal waren wir schon erfolgreich. Jetzt hoffe ich, dass wir heute auch noch erfolgreich sind. Weil, ähm, es gibt gute Bonis. Gute, ähm, Wasson-Punkte wahrscheinlich auch. Vor allem Erfahrungspunkte. Na. Liebe Leute, ich möchte hier rein. Dankeschön. Sehr nett, dass ihr alle umfällt. Ach, so schön. Ah, das ist aber schön. Ja, das ist schön. Gehen wir gleich mal auch oben schauen, ob jemand schon hinter dem Tor wartet. Ja, scheinbar schon. Adela, schaut mal. Sie viel ist. Sie sind Jungi, Sonny, Biss, Wild at Heart. Alles schaut mal. Leider würde ich gleich überrannt werden, wenn die reinbrechen können. Ja, können sie wahrscheinlich jetzt dann bald schon. Ich kann nichts machen. Ich muss eine andere Charakterklasse wählen. Nein, da bin ich zu schwach. Ah, da ist aber einer gestorben. Wild at Heart. Keine Herausforderung, ja. Das ist natürlich leicht zu besiegen. Da ist einer einfach. Ja, geht halt nicht so gut. Tötet die mal, Sim-Jungie. Die heilt. Genau. Ich könnte runterspringen hier, aber mach's nicht. Na, Tenax? Mach's dir was? So. Dann gehen wir auch mal mitmischen. Schau mal, wir sind wieder Sierten vorne dran. Ich trau mich nicht. Oh nein. Oh nein. Keine Kampfgeräusche, es ist sicher. Und dann plötzlich BANG! Oh je. Ja, der hält ab. Es ist nichts los. Es ist einfach nichts los. Was ist Xenopphobia? Der hat Angst vor Xenu. Und das ist Xenu. Und schon tot. Das ist sicher wieder, ja. Das ist wieder Divo. Keine Herausforderung ist. So. Kommen ein paar. Ähm. Wir müssen hier die zwei Steine. Ja. Die zwei Steine müssen wir noch holen. Deshalb überlasse ich aber denen, die wissen, wo sie sind. Eines ist in diesem Herbstwald. Und der andere ist hier oben bei der Mühle irgendwo in der Nähe. Aber das lasse ich den Level 60ern oder die, die genau wissen, was sie machen. Ich will auch ein bisschen davon abhaben. Aua. Nein. Nicht mich angreifen. Nicht mich angreifen. Hilfe. Okay. Ich kann nichts machen. Okay. Ich kann nichts machen. Oh Mann. Ich gucke mich an. Ich gucke mich an. Hm. Ja toll. Es nervt halt, wenn man ein bisschen schwächer ist als die anderen. Dann hat man nicht so die Möglichkeiten, an Kills zu kommen oder irgendwas zu machen überhaupt. Das ist so ein bisschen das Problem. Das ist so ein bisschen das Problem. Okay. Okay. Wie lange geht es noch? 14 Minuten. Na, dann muss ich wieder schneiden, sonst wird der Part zu lange. Aber jetzt. Okay. Ein Jäger ist hier. Gut. Hm. Also eben, wenn es ein bisschen zu langweilig wird in ein paar Parts, dann werde ich den Jäger schon ein bisschen weiter leveln. Aber ich finde es jetzt wirklich etwas ein bisschen unfair. Ich spiele es eigentlich. Ja. Unfaire Sachen spiele ich nicht gerne. Ich bin nicht einer, der unfair spielen muss. Und deshalb. Ja. Kann ich es einfach mal machen zum zeigen. Zum Schlachten zeigen und so weiter. Aber Lust habe ich nicht ganz so viel davon. Oh. Ein Küsschen von Agatha. Wo ist sie da? Ich nehme Küsschen zurück. Wo ist der Küsschen? Da. Hui. Sind welche bei Gene? Oh fuck. Kack auf Gene. Down. Noch 5 Core. Was ist 5 Core? Hm. Die Syrieten haben keinen Bock mehr. Sie wollen uns die Edelsteine einfach so überlassen. Aber ja, der eine kommt. Immerhin. Der eine kommt. Aber der andere wird wahrscheinlich auch bewacht. Ah. Das ist der, den ich keine Chance habe. Ja. Das ist ein Schwertes Level 60. Wahrscheinlich voll equipt oder so. Saldron der Krieger. Hm. Na toll. Jetzt habe ich mich gebauft und habe mich nicht kennen können. Core 9 von 10. Hm. Wo ist jetzt der Kristall? Da oben. Aha. Und der andere wird nachher geholt. Und da ist der Nix Heal. Nix Heal. Nicht teilen. Okay. Nicht wiederbeleben. Nicht heal. Nicht healen. Bitte nicht healen. Nein. Ja, 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 ja. Mal ein bisschen modisch ausrüsten wieder. So. Acht noch, Havana. Alle Leute, die bei Core geklickt haben. Please. Aha. Core Room. Core Zoom. Okay. Uhu. Jo. Haha. Jupp. Aber schlechte Gegenwehr von den Syrten. So. Ich frage mich echt, wo sie sind. Wahrscheinlich beim Stein, wie ich gesagt habe. Ähm, wir schreiben die Segen. Wald, Stein, Havana, Tal. Welche Stein Havana im Wald? Wani führt uns. Havana ist... Das ist einfach der Wald, heißt Havana. Da, wo es so komischen... Licht... So ein komisches Licht hat. So silbrig. Ja, so... So rötlich. Silbrig. Ah, die Syrtenzeit. Leider auch schon lange her. Ich weiss nicht mehr alles von den Syrten. Vor allem war ich ja da fast nie am... War so ein Schlachten machen. Und ähm... Ja... Ich weiss nicht mehr viel von den Syrten, aber... Doch, schon eigentlich, aber nicht die Namen. Außer die Namen weiss ich noch alles. Ich kann nicht zaubern. Und du bist der Boni? Leck mich. Was? Leck mich? Nein, ich leck dich nicht. Ich leck dich nicht. Ja, also einen Edelstein haben wir. Hier. Der ist schon drin. Der andere... Ja. Passiert nichts. Weil wahrscheinlich eben zu viele Syrten da sind. Ah, der zweite Edelstein haben wir ja auch kurz. Ja, jetzt haben wir ihn. Sehr gut, wir haben ihn. Yay. Uff, sooo heiß. Was weiss der Würstchen? Kartoffelsalat Würstchen. Verkaufe einen Markt noch 150k. Ja, ganz klar. Oje. Da war Ju. Oh Gott. Schlimm. Zum guten Glück schaue ich nie. Oder nur ab und zu kurz in den Handelschat. Eigentlich EXP wird aber wieder Warzone. Bam. Wie heissen die? Warzone-Punkte, oder? So. Oder Coins. Ja, Coins. Aber hier im Deutschen sagt man Punkte. Weil sie eigentlich keine Coins sind, man kann sie nicht auflesen. Haha. Gut. Waffe auf EXP. So. Suche besseres Schützen-Equip als meins. Ja, dann zeig mal, was du für ein Equip hast. Heil mich und ich schenke dir MGBO. Hab MGBO. Hab MGBO. Danke. Noob. Was? Noob. Trz. Leck mich. Ja, genau. Mit dem wie Schlimmer in diesem Chat. Deine Rüstung glänzt zu sehr. Hab ich gewachst. Hehehe. Oder geschält, oder wie man es sagt. Vor allem. Bisschen glänzig gemacht. Ja. Oh ja, das glänzt von vorne. Einen Blendsauber drauf für Sürzen. Ach... Hehehe. So, also dann wird es halt wieder ein längerer Part aber ich möchte gerne noch diesen Stein hier sehen und noch vielleicht ein bisschen begleiten Ich muss sowieso noch schlafen und kann ich währenddessen hochladen Es ist übrigens 10 Uhr abends oder 11 Uhr und dann schlafe ich 2 Stunden dann bin ich sowieso wieder zu fit und geben wir ein bisschen noch oder nehmen wir noch ein bisschen auf So, toll Also Steinchen Lieber Steinchen Milauchgras Komm Steinchen Nicht da bleiben Nicht backen Ach, komm schon Es scheint aus euer Spächer eine andere Sprache Oh, schlimm Oh, schicken kill WMZ geht ja nicht, oder? Ja, wollen wir die Alsen noch angreifen bevor wir das Tor machen Ja, okay Dann bende ich hier den Part und mache direkt einen weiteren Part Dankeschön fürs Zuschauen Bis dann Tschüss Ja,cu Ja,cu Vielen Dank.